Herzlich willkommen bei der siebten Einheit des Online-Kurses Gratis-Online-Lernen. Heute geht es darum, wie und warum man Lernmaterial auch selber machen kann. Es gibt viele gute Gründe, Lernmaterialen selber zu produzieren. Lehr- oder Lernmaterial zu erstellen, ist der beste Weg, selbst etwas Neues zu lernen oder mehr zu einem bestimmten Thema zu erlernen. Und das hat einen guten Grund. Wenn sie sich selbst damit beschäftigen, Lernmaterial zu entwickeln, dann müssen sie sich natürlich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wie beginne ich? Was ist überhaupt wichtig? Wie stelle ich es dar, dass es andere gut verstehen? So ist es also keine Überraschung, dass Untersuchungen zeigen, dass Kinder, und das gleiche gilt wohl auch für Erwachsene, davon profitieren, wenn sie für andere Lernmaterial entwickeln. Und dann gibt es weitere gute Gründe. Lehr- und Lernmaterialen für andere zu erstellen, macht Spaß. Es fühlt sich toll an, etwas für andere zu machen und sicher gibt es dafür auch positive Rückmeldungen. Vielleicht profitieren sie ja auch davon, dass sie als Experte für etwas wahrgenommen werden. Eigentlich haben sie ja schon einige Möglichkeiten kennengelernt, wie sie für andere Lernmaterialien erstellen. Letzte Woche ging es darum, zusammen mit anderen zu lernen. Und sie kennen auch schon einige Angebote, bei denen sie mit anderen lernen. In dieser Woche möchten wir sie dazu ermuntern, auch selbst aktiv in die Rolle einer Lehrerin bzw. eines Lehrerin bzw. eines Lehrers zu schlüpfen. Und das können sie auf ganz unterschiedliche Weise. Lernmaterial erstellen können sie als Mitwirkender bei Wikipedia, als Produzent von kurzen Videos, als Antwortenschreiber oder Schreiberin in Frage-Antwort-Plattformen, als Aktiver in speziellen Gruppen bei sozialen Netzwerken oder indem sie einfach Dokumente bzw. Bilder und ähnliches erstellen. Und vielleicht haben sie sogar Lust, einen eigenen Web-Blog zu ihrem Hobby, ihrem Lehrfeld oder ihrem Fachgebiet zu starten. Vielleicht haben sie auch bereits eine eigene Webseite. Dann wäre es toll, wenn sie ihre Materialien nicht nur kostenfrei ins Web stellen, sondern auch eine entsprechende Lizenz einfügen. Und zwar, dass ihr Material von anderen genutzt werden kann, wie wir es in den vorherigen Einheiten besprochen hatten. Zum Beispiel bedeutet diese Lizenz abgekürzt mit CC BY NC, gesprochen CC BY NC, dass jede und jeder ihr Material nutzen, verändern, auch wieder veröffentlichen kann, und zwar solange ihr Name genutzt wird und angegeben wird und solange kein Geld damit verdient wird. Und warum sie das machen sollten? Kein Mensch muss gleich selber Lernmaterial erstellen, bloß weil er etwas lernen will. Denn natürlich ist dies auch mit viel Arbeit verbunden. Allerdings lernt man eben sehr viel durch die Erstellung von Lernmaterial. Und deshalb empfehlen wir einfach, versuchen Sie, Ihr Wissen zu teilen. Ihr Wissen wird dann nicht weniger, sondern mehr. Ja! 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 Vielen Dank.